Peter, ganz, 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 ganz lieben Dank. Ganz viele Knutscher von Leni, Paul und Nina und von uns natürlich auch. Du bist echt bekloppt. Für die, die Peter nicht kennen und unseren Kanal vielleicht noch nicht so lange verfolgen, das ist ein Partner von uns, von Peters Futterkiste. Er hatte bis vor kurzem auch einen tollen Online-Shop, wo es dann Kauartikel gab und alles so rund um den Hund. Das liegt jetzt leider im Moment auf Eis, soll aber, ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf, vielleicht wieder aufgemacht werden. Peter findet ihr aber weiterhin auf Facebook. Ich kann das unten auch nochmal verlinken oder hier irgendwo im Video. Und eigentlich, also ich will jetzt gar nicht so viel Werbung machen, weil das ist, ja, ich weiß, dass das viele doof finden. Aber ich muss oder möchte mich ganz herzlich bedanken, weil Peter hat für den Einzug von Mina in unser Rudel uns Willkommenspaket zukommen lassen mit Kauartikeln. Und zwar nicht nur eins, sondern direkt zwei von so großen Paketen randvoll mit Hundeleckerchen. Ich weiß nicht, ob der Peter denkt, wir kriegen noch mehr Hunde. Keine Ahnung. Aber, ja, ich bin auf jeden Fall voll begeistert. Und eigentlich wolltest du mir nur ein Foto. Aber da das so toll ist und du echt verrückt bist, muss natürlich ein Video her. Und, ja, und deswegen mache ich auch ein bisschen Werbung, weil das ist einfach, er hat super tolle Kauartikel. Im Moment auch Biotanlein im Sortiment. Also, wenn ihr bei Facebook gucken wollt und euch für die Biotanlein interessiert, dann schneidet ihr dann Maß oder macht die Maske fertig, auch die Länge, wie auch immer. Und, ja, was haben wir denn hier alles? Rinderkopfhaut, Rinderhoden. Ja, Rinderpansen. Oh Gott, das hört gar nicht mehr auf. Rinderletzen. Rinderroastbeef sehen, das hört sich aber auch gut an. Ja, Pauli ist hier unten schon, seht ihr jetzt eigentlich, aber der kennt die Pakete ja auch von Peter und möchte jetzt eigentlich immer was davon schnabulieren, ne? Ja. Und in dem anderen Paket, ich habe ehrlich gesagt auch noch gar nicht so reingeguckt, weil ich wollte das mit euch zusammen machen, ist drin Rinder-Nackensehnen, Eutersticks, die sind gut für kleine Vailpies, oh, das sieht aber auch alles lecker aus, Kaninchen-Mix, Hühnerherzen, getrocknet und natürlich alles Pferde-Kausticks, die Pferde-Liebhaber unter euch, ups, naja, Rinderleber, Hähnchenhälse, Rinder-Achillis-Wähne, also alles, was das Herz begehrt, Entenmägen, oh, die sehen auch toll aus, das sind so kleine Straußenfleisch-Minis, das sind so kleine Sticks zum mal finieren. Ja, auf jeden Fall ohne Ende und danke. So, ähm, ja, ich habe ihn wieder nochmal hochgeholt, weil eigentlich war sie ja der Hauptgrund für die tollen Geschenke und die beiden Riesenpakete und wir wollten uns also nochmal ganz herzlich bedanken und drücken dir ganz fest die Daumen, dass es mit deinem Online-Shop Anfang nächsten Jahres wieder weitergehen kann und ansonsten, ja, wir hören voneinander. Bis bald! Tschüssi! Und sag mal danke, Peter. Du ist nett, ne? So lieb! Alles für euch! Alles für euch! Ja! Wollt ihr den Bauch jetzt voll, ne? Den dicke Bibi-Bauch? Bibi-Bibi-Bauch? So! Und runter! Jetzt muss ich mich aber wirklich verabschieden, weil jetzt geht's ans große Pressen. Leni, Paul, Mina werden jetzt das Paket von Peter verlichten! Das ist ein Teil davon. Ciao! Herr Kollege! So! Aber Bis zum nächsten Mal.